Hört ihr das? Das klingt nach Saisonstart. Wasser, das gegen den Rumpf schlägt. Geil. Es ist richtig mal wieder schön, hier an Bord zu sitzen und sogar das bei nur 12 Grad, aber puren Sonnenschein hier in Norddeutschland an der Ostseeküste in der Lübecker Bucht. Ahoi, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei BayboTV. Ich hatte es ja schon mal in einem Short gesagt, was ich alles noch zeigen will. Ich habe ja einen ganzen Haufen Sachen noch, die ich irgendwie in dieser Saison euch nochmal an Bord, auf dem Bord, auf dem Schiff, wie auch immer, zeigen will. Es gibt ja immer mal wieder innovative Sachen, die sich innovativ nennen, dann vielleicht nicht innovativ sind. Und ihr wisst ja, ich gehe gerne mal solchen Sachen auf den Grund und sage auch mal, wo die Schwächen und die positiven Sachen dazu sind. Ich habe ja ein Riesenpaket von Silvi bekommen. Silvi ist nicht die Hafenmeisterin bei euch im Hafen, sondern Silvi ist ein Hersteller für Campinggeschirr, Gläser, Porzellan, was auch immer, für den Camper und fürs Boot. Um es mit den Worten des Herstellers zu sagen, Silvi, nie wieder klappernde, klirrende oder umfallende Gläser. Das verspricht das junge Startup aus Bayern und dabei sollen die Gläsertassen und auch Teller im Camper und Boot nicht mehr durch die Gegend fliegen. Grund dafür ist ein Magnet im Boden, der dort eingelassen ist und mit dem ihr dann auf dazugehörige Pads eure Gläser oder Teller aufstellen könnt. Ich muss sagen, ich hatte davor die letzten Jahre das schon immer mal gesehen. Ich hatte das mal bei AWN gesehen, da habe ich das schon mal ins Auge genommen und auch auf einigen Messen habe ich immer mal wieder so ein bisschen das Geschirr und die Gläser von Silvi gesehen. Aber ehrlich gesagt sah ich da drin immer keinen Mehrwert oder so diese Innovation fehlte mir ein bisschen dazu. Ehrlich gesagt, ja, war ich immer nicht ganz so angetan. Ich sage euch jetzt auch warum. Erstmal danke, dass ich das Set auch von Silvi zur Verfügung gestellt gekriegt habe, damit ich das heute mal zeigen kann. Deswegen müssen wir auch oben Werbung einblenden. Ihr wisst, ich bin da auch immer ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz sage ich natürlich meine Meinung und wenn mir was kritisch oder schlecht auffällt, werde ich das definitiv auch sagen. Das erzähle ich auch immer allen Firmen, die mir irgendwas mal zur Verfügung stellen zum Testen. Also, ich habe immer gedacht, diese Gläser, das ist ja nicht innovativ, weil diese Untersetzer, die müssen ja das Gegenstück an Magnet sein. Da habe ich immer gedacht, ja, jetzt habt ihr so einen Becher hier, zum Beispiel den von Silvi, sowie auch alle anderen Gläser, die haben ja auch einen Magnet. Okay, ja, ist jetzt erstmal keine Überraschung, Magnet halt. Und dann dachte ich immer, okay, dazu ist dann ja so ein Pad, also wenn ihr so ein Set aus zwei Bechern oder zwei Gläsern oder vier Gläsern oder was auch immer bestellt, sind immer die gleiche Anzahl an Pads dabei für die jeweiligen Tassengläser, was auch immer oder auch Schalen. Und dann habe ich immer gedacht, wer will denn diese Pads mit Kleber jetzt irgendwo bei sich im Camper festkleben? Oder ich auch an Bord möchte doch auf dem Vordeck, jetzt wenn die Mädels da vorne sich sonnen, möchte ich doch nicht irgendwie diese Position festkleben und dann geht das nie wieder ab. Oder es geht ab und die Klebereste bleiben alle da drauf. Und auch am Tisch habe ich dann gedacht, ja, ist ja cool, wenn man dann so vier, vielleicht klebt man dann dauerhaft vier von denen so drauf und dann hat man vier Platten. Aber das sieht ja auch immer kacke aus und so. Bis ich dann aber erklärt bekommen habe, dass diese Teile gar nicht zum Dauerkleben sind. Denn hier unten ist kein Zwei-Komponenten-Kleber und hier ist auch kein, ja, kein Sika-Flex oder Sekunden-Kleber, sondern eine Nano-Gel-Platte, ein Nano-Gel-Kleber, den man immer wieder abwaschen kann mit Wasser, der unendlich kleben soll. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber er soll unendlich kleben und ich habe den jetzt auch schon tausendmal hier für meine Zwecke verwendet. Und jetzt könnte ich eigentlich theoretisch den hier einfach so gegenkleben und wenn die Tasse jetzt nicht ganz so schwer ist, würde es sogar halten. Ja, es hält sogar. Und ihr seht, der Kleber hält hier sogar an meinem, das ist ja flexibel, das ist hier so ein Leder. Das ist jetzt nicht dafür gedacht, das mache ich jetzt extra nur mal für hier. Im Normalfall würde ich ja mein Glas nicht so abstellen und lagern so auch nicht. Aber ich kann den Becher nehmen und diese Pads immer wieder entfernen und das rückstandsfrei. Das wusste ich vorher einfach nicht. Ich dachte wirklich, dass man die Dinger aufkleben muss. Und dann hätte ich das alles scheiße gefunden, weil ich will nicht im ganzen Boot mir solche Dinger überlegen kleben. Und ja, wie sieht das aus? So, das war für mich dann ein Grund zu sagen, ist nicht schlecht. Jetzt habe ich aber noch einen zweiten Kritikpunkt, der mir am Anfang gesagt hat, eigentlich uninteressant, würde ich nicht haben. Ich habe immer gedacht, immer wenn ich an diesen Aufstellern bei AWN oder ich weiß gar nicht, wo ich das noch gesehen habe, ich glaube bei Fritz Berger oder so, auf jeden Fall irgendeine Campingbude, wo ich mal war, habe ich immer gedacht, die Gläser, das ist ja alles Kunststoff, weil sonst hält das ja auch nicht. Kunststoffgläser mit Magnet und ich, ich weiß, ich werde jetzt viele damit ansprechen, bin kein Fan von Kunststoffgläsern. Und jetzt habe ich mich mal ein bisschen in den Shop von Silvi umgeschaut und siehe da, es gibt gar nicht nur Kunststoffgläser. Es gibt die gleiche Anzahl, die es in Kunststoffgläsern gibt, auch aus richtigem Kristallglas und ich bin Fan davon. Und jetzt zeige ich euch mal zwei, drei, für die ich mich entschieden habe. Hier zum Beispiel meine Ausführungen. Whiskyglas, Kristallglas, nicht irgendein Schrott, richtig schön dick. Selbst wenn so ein Ding mal am Boot runterfällt, geht das nicht gleich kaputt. Und dann die Longbring-Gläser dazu. Natürlich immer mit, wie gesagt, diesem Magneten drin. Und ja, ich will über die Saison mal testen, ob das wirklich so gut auf dem Boot funktioniert. Ich habe schon ein paar Videos auf der Seite von Silvi gesehen, da ist das auch mal auf dem Boot und das schaukelt auch sehr. Ja, gut, das schwerste Glas wird jetzt wahrscheinlich nicht halten. Okay, das ist auch 90 Grad, muss auch nicht. Aber selbst das Kleine hält hier mit dem Nano-Pad. Das ist schon nicht so schlecht. So, das sind jetzt erstmal natürlich die Vorteile. Wenn ihr jetzt vorne seid und die Mädels liegen da vorne, da habt ihr ja auch auf dem Bug, habt ihr ja meistens immer so Strukturflächen, wo man drauf läuft. Selbst da halten diese Gelpads, das ist total genial. Du kannst das Ding einfach da hinkleben, das Glas darauf und selbst eine kleine Schrägung oder so ist kein Problem. Es fällt nicht runter. Alle Tests, die ich bis jetzt hier an Bord gemacht habe, ja, nur in der Box. Bei ein bisschen Wind hat sich das nie von alleine verselbstständigt. Diese Pads halten wirklich wunderbar. Das hat mich echt überzeugt. Ich habe jetzt, wie gesagt, vier von denen, vier von den Longdrinks und zwei Weingläser. Falls mal hoher Besuch kommt, ihr wisst das ja, da muss man auch mal anständige Gläser haben. Genau so habe ich jetzt noch im Programm, die sind allerdings aus Kunststoff. Zwei solche Schalen, die sind jetzt für mich zum Beispiel für Chips oder so. Die müssen jetzt nicht aus Keramik sein, weil, ja, die Chips müssen nicht in eine Keramikdose. So, da habe ich jetzt aktuell meine Nespresso-Kapseln drin. Ihr seht, man kann so alle möglichen Sachen, es gibt wirklich noch tausend andere Sachen in dem Shop. Den Weinflaschenhalter, es gibt sogar magnetische, also diese Pads könnt ihr irgendwo hinkleben und dann könnt ihr euch da so Handtuchhaken ran machen. Die könnt ihr jederzeit wieder irgendwo anders ran machen. Ich finde das auf dem Boot eine sehr, ganz geile, so eine wirklich sehr gute Sache. Aber ein ganz, ganz großer Vorteil, gerade bei meinem Boot. Die Sea-Ray 240 hat leider relativ wenig, soll man es Schränke nennen, aber Verstaumöglichkeiten. Und ich zeige euch jetzt mal ganz genau, was ich meine und zeige euch mal, was der weitere Vorteil dieser ganzen Geschichte ist. Hier ist genau das, was ich meinte. Wer die Sea-Ray 240 kennt, weiß, es gibt nur dieses Fach und da passt nicht viel rein. Und egal, wie du es stapelst, es sieht nie gut aus. Und so bleiben im Idealfall während der Fahrt auch nie Gläser stehen. Genauso ist das hier oben, da wo jetzt aktuell meine Nespresso steht. Solche Sachen würden ja während der Fahrt nie stehen bleiben. Aber jetzt mit diesen Silvi-Geschichten funktioniert das einwandfrei. Nicht wundern, hier steht jetzt noch die kleine Kamera, damit ihr das gleich von der Seite mal eingeblendet bekommt. Man kann bei Silvi diese kleinen Nano-Pads sozusagen als große Matte bestellen. Und die seht ihr jetzt hier unten. Die haben wir jetzt schon mal zugeschnitten, weil die ist ja eigentlich rechteckig. Die haben wir jetzt ein bisschen zugeschnitten, damit die genau hier in diesen Schrank reinpasst. Und dann bleiben diese Gläser im Schrank per Magnet stehen. Sowas fällt auch nicht um. Also ihr seht, die sind richtig standhaft. Es soll sogar bei extremer Welle halten. Ich habe Videos gesehen in einem Camper, wo die eine Vollbremse machen. Da sind die mit Getränk drin nicht umgefallen. Meine Frau ist ein bisschen kritisch. Ich glaube, das funktioniert aber. Und jetzt kommt noch ein geiler Vorteil. Ich weiß, das sieht ein bisschen wild jetzt von drinnen aus. Man sieht jetzt mal, wie ein amerikanisches Boot verarbeitet ist. Das seht ihr jetzt gleich auf dem zweiten Shot von der Kamera. Hier oben habe ich jetzt von Sylvie einen Magnetstreifen, der etwas stärker noch ist als diese Matten hier unten. Und dieser Streifen ist für die, so explizit für die Überkopfmontage geeignet. Da kann man jetzt Gläser über Kopf dran machen. So, und das ist dann mal richtig geil. Ich werde nämlich in Zukunft dann diese beiden Whiskygläser hier vorne, die mir ein bisschen den Platz wegnehmen, kann ich jetzt hier oben wegpacken und habe jetzt hier vorne noch Platz, um an meine Becher zu kommen, beziehungsweise an meine Teller zu kommen, die übrigens nicht von Sylvie sind, sondern irgendwelche Nachlasse aus irgendwelchen anderen Booten. Aber ich will euch mal zeigen, dass das wirklich extrem gut aussieht. Ich werde das jetzt nochmal so machen, um mir hier oben so eine kleine LED-Lichtleiste reinpacken, die man nochmal zuschalten kann. Dann sieht das für abends auch noch richtig gut aus. Weil ich hatte immer das Problem, dass das hier an Bord unaufgeräumt aussah. Ich weiß, wie gesagt, wenn ihr größere Boote habt und mehr Schränke, die zu sind, dann braucht man das nicht, beziehungsweise dann braucht ihr das natürlich nicht beleuchten, dann braucht ihr das auch nicht so aufgeräumt haben. Aber selbst wenn ihr einen Schrank habt, den ihr zumacht, ist das doch geil. Ich meine, wenn das so in eurem Schrank immer steht, alles ganz gerade und ordentlich und nicht verrückt und nicht durch die Gegend fliegt, dann ist es nur genial. Genauso ist es auch während der Fahrt. Die Dinger machen keine Geräusche, die klappern nicht aneinander, nichts fliegt irgendwo rum. Ja, ihr seht schon, ich bin sehr, sehr begeistert. Das ist auch nicht immer der Fall, gerade weil diese Geschichte auch schon etwas teurer ist als irgendwie normales Camping-Besteck. Wenn ihr euch da jetzt irgendwie Gläser zum Campen kauft oder so, dann sind die in der Regel aus Kunststoff und auch ein bisschen günstiger im Vierer-Set. Oder wer jetzt auch so Gläser bei Ikea kauft, weiß auch, vier Stück kosten irgendwie 1,69. Ja, man darf hier aber ein paar Punkte nicht aus Acht lassen. Erstens kriegt ihr auch immer die Pads dazu zum Aufkleben. Zweitens sind da Magneten unten eingefügt. Drittens sind das richtige Kristallgläser aus Deutschland. Also das wird alles in Deutschland hergestellt und nicht irgendwo in Asien. Ich weiß, alle meckern immer ein bisschen rum über Asien, aber billig wollen wir es immer alle. Das kommt eben nicht aus Asien. Und dann ist es eben so, wenn ihr mal irgendwas damit habt, ist der Support auch immer da. Wenn mal irgendwie wirklich was nicht mehr so schön ist oder irgendwas klappert oder irgendwie so ein Magnet sich da lösen würde, dann weiß ich, ist der Support da auch immer rigoros. Und dann kriegt ihr solche Sachen auch wahrscheinlich getauscht. Ich habe da jetzt schon so zwei, drei Videos vom Camper gesehen. Da waren Kunststoffgläser, die hätten nicht zerkratzt werden dürfen. Und da hat der Geschäftsführer die eigenhändig getauscht, weil er sagt, nee, er möchte, dass die Kunden eben zufrieden sind. Und mit diesem Preis kauft ihr das natürlich auch alles mit. Das darf man immer nicht vergessen. Außerdem muss man die Geschichte auch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Campinggläser kauft oder auch irgendwie Campingporzellan oder was auch immer. Und ihr wollt das an Bord irgendwo festmachen oder wie auch immer. Sagen wir die Mädels oben auf dem Bug wollen ihre Gläser mit ihrem Sekt und ihren Eiswürfeln da oben irgendwo hinstellen. Dann müsstet ihr jetzt zu irgendeinem Bootsshop müsstet euch Relinghalterung kaufen, womit man dann die Gläser reinstellen kann. Dann bräuchtet ihr eigentlich für Achtern, bräuchtet ihr für euren Tisch, bräuchtet ihr auch nochmal irgendwie eine Halterung, damit ihr da die Gläser anständig in den Tisch reinbekommt oder an den Tisch mit einer Klemme. Am Steuerstand bräuchtet ihr irgendwie auch nochmal einen Getränkehalter. Ich weiß, die meisten Boote haben, gerade so die amerikanischen Boote, haben so ein paar Getränkehalter. Die sind aber auch nicht immer so perfekt platziert. Meistens will man das ja doch irgendwo oben hinstellen oder die Gläser passen da nicht rein und so weiter. Wenn ihr das dann alles dazu kauft zu diesen 5 Euro Gläsern bei Ikea, dann seid ihr wahrscheinlich auch irgendwo bei 100 Euro. Und da finde ich diese Lösung um einiges geiler, denn hier habt ihr eben noch den Vorteil, dass ihr eure Schränke damit ausstatten könnt und das anständig wegsortieren könnt. Ja, ob das alles wirklich so funktioniert, das probieren wir aus. Und da bin ich ja auch rigoros. Wir werden auf jeden Fall in dieser Saison mal volle Granate durch Wellen fahren. Und dann werde ich die Dinger mal versuchen zum Kippeln zu bringen. Und wenn so ein Ding über Bord geht, dann fragen wir mal die Geschäftsführung, ob das so sein soll. Natürlich müssen wir das alles im Rahmen lassen, aber ihr wisst, ich bin immer kritisch und immer ehrlich. Ich denke aber, ich bin guter Dinge, dass das sehr gut funktionieren will. Eine Idee hätte ich jedoch noch an die Firma Sylvie. Es müsste eigentlich sowas wie das hier geben, also diese typischen Getränkehalter. Etwas schmaler, unten mit einem Magneten, sodass man hier oben eine Bierflasche reinstellen könnte. Denn Bierflaschen gibt es leider noch nicht magnetisch und Bierdosen funktionieren leider auch nicht. Es gibt eine Sache, die ihr aber beachten müsst. Diese Pads dürft ihr nicht dauerhaft in der Sonne irgendwo kleben lassen. Also geht ihr von Bord, lasst das bitte hier nicht irgendwo kleben. Die Hitze und die UV-Ausstrahlung machen diese Dinger kaputt. Wenn ihr Pech habt, greift das dann vielleicht hier auch das Gelkot an und so weiter. Sagt der Hersteller auch. Ist auch bei jeder, ja in jeder Verpackung ist auch ein Zettel drin, wo da steht, dass ihr das nicht machen sollt. Die sind eben temporär. Rauch packen, Gläser trinken, was auch immer. Und wenn ihr dann damit fertig seid, dann packt ihr die wieder übereinander unten an Bord und die Gläser zurück in euren Schrank oder was auch immer. Wenn ihr jetzt auch Bock darauf gekriegt habt und gesagt habt, gar nicht so schlecht, probiert doch mal einfach so ein Set aus. Es gibt die Zweier, es gibt Vierergläser, es gibt Tassen, es gibt Espresso-Tassen, es gibt Weingläser. Ich glaube, es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt. Selbst für kleine, na jetzt greift mich hier die Persenning an, selbst für eure Kochzubehör, also Marmeladengläser und so, gibt es Magneten für den Deckel. Es gibt Magneten für die Kaffeemaschine. Davon habe ich auch vier Stück bekommen. Die werde ich unter die Nespresso-Maschine packen und das Ganze dann auch auf so eine Magnetplatte oben packen. Somit fällt die auch nicht mehr während der Fahrt runter. Also ich weiß nicht, geiler geht es eigentlich nicht. Wenn ihr Bock auf sowas habt, ich verlinke euch unter dem Video nochmal einen kleinen Gutscheincode, da könnt ihr Beiboot, müsst ihr mal gucken, BeibootTV oder so. Ich verlinke euch das nochmal, gebt ihr auch im Warenkorb bei Sylvie ein und dann kriegt ihr nochmal 15 Prozent, weil ihr ein Abonnent von BeibootTV seid. Nicht so schlecht, oder? Ja, wenn mir irgendwas zum Ende der Saison negativ auffällt, sowie natürlich auch positiv, gebe ich euch definitiv nochmal ein Feedback zum Ende der Saison. Wenn mir da irgendwie mal ein Glas runtergefallen ist oder doch die Welle zu stark war oder dieser Kleber nachgelassen hat oder was auch immer. Irgendwas ist ja immer. Dann sage ich euch natürlich, wie das ist, wie es war und so weiter. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann lass doch mal ein Like da. Wäre schön, wenn du mir folgst. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Alles Gute. Euer Sascha. Tschüss.